Geisteskrank, wie viele Typer vertragen kann. Strickmütze gelb. Häslich. Wow, hier ist super für ihn in dem Container. Ganz viel. Hier, wenn nichts drin ist. Um zu schießen, wie so ein Geisteskranker. Wow, im Container ist ja... Alter, ist das viel. Ich hoffe, du hast nicht alles gelootet. Doch, alles. Ich habe noch eine Garage, die man nicht öffnen kann. Oh, ein Container. Wow. Das ist noch ein Häuschen, Alter. Digga, komm her, ich... Eins gegen eins. Baseballschläger. Ha! Ich habe gewonnen, Arschloch. Digga, diese Viecher sind so schlecht im Nahkampf. Leck mir den Arsch. Ich werde auch überfordert, wenn jemand mit einem Baseballschläger auf mich zugerannt kommt. Du musst auf mich, ich bin auf den Schlotten, du hörst nach einem konstigsschütenden... ...nachst. Juste, nimm dengong, dass ni alle Jagdgrehen, hemmos dich, oder hurr? Ach, Strunzama, ja, Tabine, nun komme ich zu dir, nu. Alter, hier ist ne Bratpfanne, eben herrt! Die, das muss so. Ach so. Alles Giff. Ich hab's rausgeprügelt. Swerje Tele, Television Orario. Swerje, Swerje. Das sieht man einen wegschieben kann. Ah, ich hoffe es ist ein Gaming Set, aber ich hab's gefunden. Alter! Mir lag ne Waffe. Wat? Mirk da ne Waffe. Ich glaub ich ne Lampe muss ich ehrlichs zugeben. Ne, bei mir lag hier gar nix, Alter. Was hast du, was hast du denn jetzt für ne Waffe? Ein Jagdgewehr! Warum hat der Junge ein Jagdgewehr und ich nicht? Frechheit! Dabei weiß er nicht mal, wie man dem Zeug schießt, Alter. Frech. Ja, ein Dumpfes muss ich sagen. Absolut Poderos. Jetzt gehen wir mal, Leute. Hier geht voll die Party ab, aber ja. Noch ein Jagdgewehr. Einfach hinten im Kofferraum gefunden. Verlassener Anglersteg. Huch, hier liegt ein Toter. Roboter. Das hier ist eine Sehenswürdigkeit, steht auf der Karte. Ich weiß noch nicht, was es hier zu sehen gibt, aber Sehenswürdigkeit. Ich weiß nicht, das ist so eine Sehenswürdigkeit in Schweden, all die Anglerstege zu begutachten. Ich weiß nicht, hier steht noch eine Hütte, mal gucken. Wenn dann nichts geiles drin ist, Alter. Wow. Wow. Okay. Da ist ein Toter. Das ist die Sehenswürdigkeit, ja, jetzt verstehe ich's. Der hat sich an der Verbrauchsgüterstation ein Erste-Hilfe-Set an. Warum sollte ich das tun? Kann ich nicht... Willst du auch noch den Toten hier unten sehen? Da liegt ein Toter. Hier liegen... Ja, hier liegen auch ziemlich viele Koffer, muss ich sagen. Habe ich irgendwas verpasst? Neu Millimeter Vollmantel-Munition. Geil. Haha. Du bist tot. Digga, da ist so viel Koffer liegen, hat der gar Forest gespielt, Alter. Alter, deine Taschenlampe. Hier sehen mein Charakter, ich kann mein Charakter nicht anpassen, ich seh ihn nicht. Perfekt. Oh, ich auch nicht. Ja, ja, Spiel ist fertig. Alles gefixt, gar kein Problem, ne? Alles gefixt. Österevig. Kalebi. Klinte. Bo. Garfamra. Garfamra. Oh, ah! Oh, yeah. Ja, ich bin's, Vector. Und wo liegt noch ein Jagdgewehr, oder? Wir sind bei den zwei Autos, aber ich glaube, dass bei dir wieder keins drin liegt. Wo sind das Autos? Oh, da liegt ein Toter. Ah, ja. Ich hab's auch voll keine Ahnung, wo du Autos gesehen hast. Ah, hier. Doch! Ah. Ja. Ich fand so ein Schuss. Geil, Digga, geil. Noch ein Zielfernrohr in die Jagdgewehr. So, Inventor, Jagdgewehr, Ergänzung, Mündungsaufsatz, Schalldämpfer. Das Visier ist nicht... Ich kann das Visier nicht auf dieses Jagdgewehr packen. Ist nur für Geviere. Egal, ich hab'n Schalldämpfer auf dem... Ah, ich hab'n Schuss, Digga, geil. Sehr geil. Fühlt sich ja richtig toll an. Stau auf DB... Stau auf DB-12. Fahrzeuge sind kollidiert auf der Brücke. Ah. Oha. Ach, ich stehe... Ach so, ich stehe auf dem Bunker. Ach so. Jetzt hab' ich auch immer mehr... Jetzt hab' ich auch immer mehr... Ich hab' immer mehr... Ich unterfrag' das alles. Aua, ich brenne. Direkt hier unter mir ist ein Bunker. Schön. So, jetzt hab' ich ein Visier gefunden für das Jagdgewehr. Schmeckt! Schön. Ich hab' leider keins. Sondern für Gewehre. Jetzt bin ich in meinem Element, Alter. Jetzt wird sämtliches Kleintier weggeschossen, Alter. Jetzt spiel' ich... Jetzt spiel' ich Waldhunter, Alter. Jetzt können wir losgelegen. Da unten ist ne Ratte. 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 Hallo. So, hab' ich bin abgerutscht. Den ich erst mal da schießen will, Alter. Gut, ich hab' den Doleg-Bomber. Rotpunkt-Zieloptik. Geil. Schalldämpfer für Gewehre. Wo ist hier ein Bunker, Alter? Ich weiß nicht. Hier wird auf jeden Fall... Hier drunter wird ein Haus angezeichnet, wenn du vor dem Ding stehst. Was ist das? Schalldämpfer für die Maschinenpistole. Aha. Da sitzt zwar keiner, aber aha. Na, dann muss es hier irgendwo reingehen. Also hier auf jeden Fall nicht. Da geht's auf der anderen Seite. Das Halt haben. 100 EP. Okay, ich glaub' unsere Dudes können immer noch nicht schwimmen. Ich will's erst gar nicht rausfinden. Wir können sie auch nicht. Opfer. Richtige Kachbars, Alter. Abgeschmückt. Benötigt die die Fertigkeit Schlösser knacken. Aha. Ah, ja. Warum ist alles voller Schnee, aber das Ding ist sauber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann das rumbewegen. Game des Jahres. Ist ja schon ein paar Jahre alt, aber Game des Jahres. Ich hab' den Eingang zum Bunker gefunden. Und ein Auto mit Womo. Kann man da rein? Ich kann reingucken. Also kann ich da auch rein? Nein, kann ich nicht. Schmutz. Hab' den Bunker geöffnet. Alter, nee, danke. Da geh' ich nicht rein. Warum? Ist das dunkel da drin. Schregen die an wie ne Pussy. Schrotwinte raus, damit der Bass auch scheppert. Und... Oh, das sieht ja toll hier drin aus. Hier liegt direkt ein Toter. Ah, der hat sich versucht mit nem Baseballschläger zu wehren. Hat ja nicht so gut funktioniert. Wobei doch, aber er ist auch tot. Ja, sicher. So, damit er knüppelt. Angriff! Das ist gar nicht laut, Alter. Achtung! Das lebt ja noch. Oh, Junge. Oh, Leute. Man kann ja seine Ressourcen lagern, Alter. Geil. Verbrauchsgüte herstellen. Einfaches Selbsthilfeset. Leg' die Arme etwas an, dann ist er zufrieden. Ist eine Monition anfordert, dann ist er auch zufrieden. Reparaturset. Woll ich nicht. Ich hab ne Waffe gefunden. Ne bessere als meine aktuelle, oder? Nö. Ne, sogar ne minimal schlechte. Perfekt. Zwirn. Digga, ich zwirn dir gleich auch was. Kleiner Lelik, Alter. Ah, man kann ja Sachen herstellen. Klamotten. Motorradjacke, Himmelblau, keine Bläne verfügbar. Planbau, öffnen. Ja, alles klar. Ja. Ich hab den Lichtschalter gefunden. Und du kannst sicherlich kommen auf fler Sett und anwenden den. Oh, der Fluss ist da. Ich hab irgendwas gefunden. Ich weiß mal nicht was ich gefunden hab, aber ich hab irgendwas gefunden. Pläne. Unis.